Servus Leute! Ich weiß ja nicht, ob ihr eher in der Stadt oder auf dem Land wohnt. Ich komm eher aus ner ländlicheren Gegend. Und wenn mal schönes Wetter ist, dann hat man manchmal nen komischen Geruch in der Luft hängen. Dann fahren die Bauern wieder Kühle aus und alles stinkt. Und mit alles meine ich, alles. Warum machen die das? Nur um uns zu ärgern? Nein, die wollen ihre Felder düngen. Was es mit Dünger auf sich hat, klären wir jetzt. Dünger ist der Spaß, den man auf die Felder streut, damit die angebauten Pflanzen besser wachsen können. Und mit Spaß sind dann als Stoffgemische und Reinstoffe gemeint. Die hinzuzugeben ist wichtig, damit die Pflanzen eine große Menge an Nährstoffen zur Verfügung haben. Dadurch wachsen die nämlich viel schneller als ohne die zusätzlichen Nährstoffe. Das führt dann zu nem höheren Ertrag, also zum Beispiel mehr Getreide, das man ernten kann. Aber es kann auch dazu führen, dass die Qualität besser wird. Also Grund genug hat man, extra Dünger auf seine Felder zu scheißen. Äh, schmeißen. Den Dünger kann man dann natürlich noch in verschiedene Gruppen einteilen. Entweder in organische Dünger oder mineralische Dünger. Der organische Dünger ist dann der, den man wohl am ehesten auf dem Land riecht. Das sind dann die Abfallstoffe aus der Landwirtschaft, also Mist von so ziemlich jedem Tier, das man halten kann. Kuh, Schwein, Huhn oder Känguru. Zum Teil sind es auch die Reste aus der Biogasanlage, also ein Gemisch aus Maispflanzen und Gülle. Wichtig im organischen Dünger sind größere Mengen an Stickstoff als Nitrate und im Harnstoff, Phosphate und Kalium. Die mineralischen Dünger sind dazu eher Salze, die zum Großteil aus dem Bergabbau gewonnen werden. Wichtig hier sind wieder die gleichen Stoffe. Stickstoff, Phosphat und Kalium sind sehr erwünscht. Deshalb heißen einige Dünger auch NPK-Dünger oder Volldünger. Und Salze, die oben genannte Stoff enthalten, werden dann auf die Felder gebracht oder vorher noch verarbeitet, damit sie besser von den Pflanzen aufgenommen werden. Neben der Einteilung in organische und mineralische Dünger kann man die Dünger natürlich auch noch einteilen, ob die natürlich entstanden sind oder vom Menschen künstlich hergestellt worden sind. Zu natürlich haben wir oben schon viel. Zu künstlich ist nach vor allem die Haber-Bosch-Ammoniak-Synthese wichtig. Denn der Stickstoff aus der Luft muss irgendwie gebunden werden, damit Pflanzen ihn aufnehmen und in ihre Moleküle einbauen können. Das Problem ist nämlich grundsätzlich, in der Luft gibt es zwar einiges an Stickstoff, im Boden in gebundener Form und für das Grünzeugs nutzbar, aber meist wenig. Bei dieser damals bahnbrechenden Synthesemethode wird aus gasförmigem Stickstoff und Wasserstoff unter Hitze und Druck und dazu noch mit Hilfe eines Katalysators Ammoniak hergestellt, der dann auf den Feldern als Dünger dient. Dabei wandelt sich Ammoniak im Feuchten ins Ammonium-Ion um, das aufgenommen werden kann. Der meiste Stickstoff wird aber als Nitrat aufgenommen. Doch das ist auch kein Problem, denn Bodenbakterien, die überall rumwimmeln, oxidieren Ammonium-Ionen erst zu Nitrit und dann weiter zu Nitrat. Wenn die Dünger dann auf den Feldern sind, werden sie, je nach Pflanze, über die Wurzeln oder die Blätter aufgenommen. Vorteile von Düngemitteln sind auf alle Fälle der Ertrag bzw. der Gewinn, den der Bauer dadurch macht. Dumm dran ist, dass bei zu viel Dünger das Grundwasser, Seen, Flüsse und schließlich auch die Meere belastet werden. Und das wollen wir eigentlich gar nicht, denn in überdüngten Gewässern wachsen dann Algen sehr gut und bei deren Abbau kann das zu Sauerstoffmangel und zum Umkippen der Gewässer führen. Und dann sterben die armen Fischlein. Und im Trinkwasser ist übermäßig viel Nitrat aus verschiedenen Gründen auch nicht allzu gesund für uns. Außerdem können sich auch unerwünschte Metalle wie Uran besser im Boden und den Pflanzen halten und der Scheiß kommt dann über die Nahrungskette dann auch zu uns. Deshalb schaut man immer, dass nicht zu viel Dünger eingesetzt wird. Aber wenn man auf dem Land wohnt, dann glaubt man das gar nicht, weil es im Sommer so oft nach Gülle stinkt. Wie sieht's bei euch aus? Kommt ihr vom Land oder aus einer Stadt? Als Landkinder mal komment, Hashtag ich kenn hier alle und als Stadtkind, Hashtag hier gibt's mehr Kühe als Menschen. Was neben Gülle auch noch richtig stinkt, sind verbrannte Haare. Warum das so ist, was wir da riechen und aus was Haare aufgebaut sind, das seht ihr hier. Bis dann. Ciao. Ciao.